Ein abtrünniger Italo-Amerikaner möchte die Welt erobern. Was vielleicht nach einem schlechten Western klingt, ist der neueste aus dem Fiat Chrysler-Konzern, der Jeep Renegade. Er ist tatsächlich ein Abtrünniger, denn nur das Design und der Name Jeep stammt aus Amerika. Die Technik weitestgehend von Fiat. Die Basis bildet dabei der Fiat 500L. Da der neue kleine Jeep in Italien gebaut wird, gibt es ihn in für Jeep ungewöhnlichen vielen Ausstattungen und Motorisierungen. Es entfällt die aufwändige Logistik für den Transport aus Amerika. Neben der Sport-, Longitude- und Limited-Ausstattung gibt es ihn auch noch als Trailhawk. Wir sind genau diese gefahren. Zugleich ist es aber auch die teuerste Variante und schlägt mindestens mit ordentlichen 31.900 Euro zu Buche. An vielen Stellen erinnert der Renegade an den ersten Jeep von 1941, so zum Beispiel auch bei den Rückleuchten. Diese sind in einem X-Design gehalten, das kennt man vom Zusatz-Benzinkanister, den es damals gab. Der Kofferraum fasst zwischen 351 und 1297 Liter. Im Bereich Komfort und Sicherheit will der Italo-Amerikaner groß auftrumpfen. Man kann ihn mit bis zu 70 Sicherheitsfunktionen ausrüsten. Obligatorische Airbags und Sicherheitsgurte mit eingerechnet. Erwähnenswert sind aber elektronischer Überrollschutz, Rückfahrkamera und Auffahrwarnsystem. Angetrieben wird unser Renegade Trailhawk vom 2-Liter-Multijet-Dieselmotor mit 125 kW bzw. 170 PS aus dem Fiat-Regal. Der Verbrauch wird mit 5,9 Litern angegeben. Die Höchstgeschwindigkeit mit 196 kmh. Den Spurt von 0 auf 100 kmh schafft er in 8,9 Sekunden. Da Jeep für Abenteuer steht, soll auch der neue in puncto Geländetauglichkeit seinen größeren Brüdern in nichts nachstehen. Und so schlägt sich der Renegade mit dem neuen 4x4-System Wacker durch das Unterholz. Er verfügt über 20,5 cm Federwege, so dass auch größere Unebenheiten kein Problem für ihn darstellen. Aber auch, auf der Straße macht er eine gute Figur, nicht zuletzt dank seiner straffen Federung. So gesehen kann der Jeep-Fan nicht klagen und wer immer noch Zweifel hat, die besten Western sind, kamen schließlich aus Italien.